Letztens ging mir mein Lötkolben kaputt. Der hier. Dieses Teil. Und hier hatte leider kein TRIAK. Ist sehr schneller gegangen. Aber hier hatte noch ein LM317 Spannungsregler. Und da geht das schon wieder. Und da haben wir die Schaltung gemacht mit dem 317. Kann auch regeln alles. Und hier schaut's. Schmilzt wie einst im Mai. Wir haben Mai. Da habe ich meinen Lötkolben wieder repariert. Und ich bin zufrieden. Ich habe schon letztens gesagt, bei mir wird nichts weggeworfen. Irre Barriales. Wenn es möglich ist. Und manchmal überlege ich mir auch eigene Sachen. Und muss nicht unbedingt das sein, wie die Firma das gemacht hat. So, jetzt schalte ich wieder aus. Die hat man noch so gerade Teil. Aber das musste trotzdem fertig werden. So, hier war ich wieder. OE5 CBM. Der Bernie. 2, 3 Brene. 3 3 4 4 6 6 8 Untertitelung des ZDF, 2020